Hallo und willkommen zur neuen Serie über Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Und wenn ihr annehmt, dass Wahrscheinlichkeitsrechnungen etwas zu tun hat mit Spielkarten oder mit Würfeln oder mit Münzen, die in die Luft geworfen werden, dann liegt ihr 100% richtig. Genau darum wird es gehen. Und das Werfen einer Münze oder das Rollen eines Würfels oder das Ziehen einer Karte aus einem gut gemischten Stapel, das hat eine Gemeinsamkeit. Das, was da passiert, das sind alles Zufallsexperimente. Das heißt, das sind Experimente, bei denen schon vorher klar ist, welche Ergebnisse es geben kann. Bei denen aber nicht klar ist, welches Ergebnis jetzt genau bei dem nächsten Experiment herauskommen wird. Also wenn ich würfle, dann weiß ich, das ist entweder eine 1 oder eine 2 oder eine 3 oder eine 4 oder eine 5 oder eine 6. Aber ich kann nicht genau sagen, welche Zahl ich jetzt bei meinem nächsten Wurf würfeln werde. Also in der Wahrscheinlichkeitsrechnung werden wir uns genau mit dieser Art von Experiment beschäftigen. Und wir werden uns sogar noch etwas mehr einschränken. Wir werden uns auf Experimente beschränken, in denen alle diese möglichen Ergebnisse gleichwahrscheinlich sind. Eben genauso wie wenn ich würfele. Wenn ich einen fairen Würfel habe, ist es ja gleichwahrscheinlich, dass eine 1 rauskommt oder eine 3 oder eine 5 oder eine 6. Und nur wenn der Würfel irgendwie präpariert ist, also mit einer ungleichen Gewichtsverteilung zum Beispiel, dann hätte ich einen Würfel, der eben unfair ist, der eben nicht alle Zahlen mit gleicher Wahrscheinlichkeit anzeigt. Also wir gehen von fairen Münzen aus, von fairen Würfeln, von einem fair gemischten Kartenstapel. Und bei all diesen Experimenten ist es dann so, dass jedes Ergebnis, was dieses Experiment hat, gleichwahrscheinlich ist. Und deshalb ist es auch leicht, die Wahrscheinlichkeit so eines Ergebnisses auszurechnen. Starten wir mal mit dem einfachsten Fall, mit der Münze. Warum ist das der einfachste Fall? Weil es nur zwei mögliche Ergebnisse gibt. Die Münze hat eben nur zwei Seiten. Nämlich hier die Seite mit dem Kopf, wo eigentlich jetzt mittlerweile keine Köpfe mehr drauf sind, sondern vor allem Gebäude. Aber egal, wir können sie Kopfseite nennen, einfach im Unterschied zur Seite mit der Zahl. Und das sind auch die beiden möglichen Ergebnisse. Wenn ich, wie so ein Schiedsrichter vor dem Fußballspiel, wenn ich da diese Münze hochwerfe und dann wieder auffange, und da schaue ich nach, was liegt oben, eben Kopf oder Zahl, zwei mögliche Ergebnisse. Und wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit so eines Ergebnisses? Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt Kopf habe. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Ich schreibe da P. P für Probabilitas oder Probability. Also das alte P-Wort für die Wahrscheinlichkeit. Das hat sich da auch im Deutschen so eingebürgelt. Also Wahrscheinlichkeit von was? Davon, dass eben Kopf oben liegt. Und die Wahrscheinlichkeit? Ja, das ist leicht auszurechnen. Ich möchte wissen, ein Ergebnis von insgesamt 2. Also ist die Wahrscheinlichkeit gerade 1,5. Und das ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Zahl kommt. Also zwei mögliche Ergebnisse gibt es. Eins davon hier picke ich mir raus und dann habe ich halt die Wahrscheinlichkeit von 1,5. Ja, und weil alle Wahrscheinlichkeiten irgendwo zwischen 0 und 1 liegen, wird das auch oft als Prozentzahl geschrieben. Und dann halbt das in der 0,5 oder wenn ich es eben in Prozent umschreibe, wären das 50%. Also ich könnte hier sagen, auch die Wahrscheinlichkeit beträgt 50%. Heißt das jetzt, dass wenn ich einmal Kopf geworfen habe, dass ich dann beim nächsten Mal Zahl bekomme, weil ja die Wahrscheinlichkeit 50% ist? Nun, genau das heißt es nicht. Es heißt eigentlich nur, dass wenn ich ganz oft werfe und dann nachzähle, wie oft hatte ich den Kopf und wie oft hatte ich Zahl, dann werde ich feststellen, dass ich ungefähr in der Hälfte der Fälle Kopf hatte und in der anderen Hälfte der Fälle hatte ich Zahl ungefähr 50%. Es kann mir trotzdem passieren, dass ich 10 Mal hintereinander Kopf werfe und danach 20 Mal hintereinander Zahl. Es ist zwar nicht häufig, dass sowas passiert, aber es kann passieren. Es wird durch dieses 50% hier nicht verhindert, dass solche langen Serien von Kopf oder Zahl auftreten. Gehen wir gleich einen Schritt weiter. Jetzt kommt der Würfel dran. So, ein schöner Würfel mit 1, einer 2 und einer 3 und den Rest sehen wir nicht. Und was kann denn der Würfel für Ergebnisse liefern? Der kann natürlich liefern die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 oder die 6. Der 6 gibt mir jetzt auch ein bisschen Platz. Also, 6 mögliche Ergebnisse haben wir. Und das Experiment ist ja das Werfen des Würfels. Und dann schauen wir nach, was liegt oben. Und das liefert mir diese 6 möglichen Ergebnisse. Ja, jetzt kann ich das wie oben, kann ich natürlich sagen, okay, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine 1 würfle? Also eines dieser 6 Ergebnisse. Da will ich die Wahrscheinlichkeit wissen. Nun, es gibt 6 Ergebnisse. Die 6 Ergebnisse sind gleich wahrscheinlich. Deshalb kann ich es rechnen wie hier. Das ist dann 1 Sechstel. Also die Wahrscheinlichkeit von diesem 1 Ergebnis, von der 1, ist 1 Sechstel. Die Wahrscheinlichkeit von der 2 wäre auch 1 Sechstel. Und die Wahrscheinlichkeit von der 5 wäre dann auch 1 Sechstel. Gut, jetzt werde ich aber frech. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich 1 oder 6 würfle? Das ist kein einfaches Ergebnis mehr. Das ist irgendwie eine kompliziertere Bedingung jetzt. Also die Wahrscheinlichkeit, 1 oder 6 zu würfeln. Ja, welche Ergebnisse erfüllen denn diese Bedingung? Dieses Ergebnis würde die Bedingung erfüllen oder dieses Ergebnis. Das heißt, ich habe zwei Ergebnisse, die diese Bedingung hier erfüllen. Und das ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, 1 oder 6 zu würfeln, nämlich 2, diese 2, weil ich 2 mögliche Ergebnisse habe, von insgesamt 6 möglichen. Das hat sich ja nicht geändert. Also 2 Sechstel oder 1 Drittel oder 33 Prozent. Das ist die Wahrscheinlichkeit, eben 1 oder 6 zu würfeln. Ja, denke ich mir noch mehr solche Sachen aus. Ich könnte ja auch sagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 2 und 3 zu würfeln. Und zwar in dem Sinne, dass halt eine 2 und eine 3 oben liegen nach meinem Wurf. Wie viele Ergebnisse aus meiner Liste sehe ich denn, die diese Bedingung hier erfüllen, dass 2 und 3 gleichzeitig oben liegen in einem Wurf? Gibt es eigentlich keins. Ich sehe nämlich immer nur eine Zahl, ich sehe aber niemals zwei Zahlen. Das heißt, es gibt 0 Ergebnisse, die diese Bedingungen hier erfüllen. Deshalb habe ich hier 0 Sechstel, weil sie insgesamt noch die sechs Standardergebnisse sind. Also diese Wahrscheinlichkeit beträgt gerade 0, was ist kein Wunder, denn so etwas kann nie passieren. Und wie wäre jetzt die Wahrscheinlichkeit, eine gerade Zahl zu würfeln? Wahrscheinlichkeit, gerade Zahl. Ja, wie viele gerade Zahlen sehe ich? Hier, ich sehe eine 2, ich sehe eine 4, ich sehe eine 6. Also drei von meinen sechs möglichen Ergebnissen sind eine gerade Zahl. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist gleich 3 Sechstel oder 1 Halb. Alle diese Rechnungen funktionieren nur dann, wenn wirklich alle diese Wahrscheinlichkeiten hier gleich groß sind. Sonst müsste ich das etwas aufwendiger rechnen. Ja, und dafür kann ich jetzt auch eine allgemeine Formel angeben. Ich kann sagen, die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis. Hier sage ich Ereignis. Also Ereignis ist etwas, was ich hier so frei definiert habe. Zum Beispiel ein Ereignis ist, dass ich eine gerade Zahl würfle oder dass ich 2 und 3 würfle oder dass ich 1 oder 6 würfle. Das nenne ich Ereignis. Und dann gibt es zu jedem Ereignis eigentlich die passenden Ergebnisse. Das passende Ergebnis ist, meine Ergebnisse des Zufallsexperiments, die sind ja durch das Experiment selber vorgegeben. Also das Experiment Werfen eines Würfels hat eben diese 6 Ergebnisse hier. Oder das Experiment Werfen einer Münze hat eben die 2 vorgegebenen Ergebnisse. Also die Ergebnisse werden durch das Experiment definiert. Dann definiere ich, dann denke ich mir aber irgendwelche Ereignisse aus. Und dann kommt immer dieser Schritt bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass ich mir überlege, welche der Ergebnisse des Experiments führen dann jetzt dazu, dass dieses Ereignis eintritt. Also hier im ersten Fall tritt das Ereignis ein, wenn ich eben 1 oder 6 als Ergebnis des Wurfes habe. Hier tritt das Ereignis ein, wenn ich 2 und gleichzeitig die 3 als Ergebnis des Wurfes habe. Und das ging ja gar nicht. Deshalb tritt dieses Ereignis überhaupt nicht ein. Dieses Ereignis tritt ein, wenn eine gerade Zahl oben liegt, also eine 2, eine 4 oder eine 6. Eine gewisse Teilmenge der Ergebnisse erfüllt mir dann dieses Ereignis. Und diese Teilmenge der Ergebnisse, die mein Ereignis erfüllt, die zähle ich ab. Das ist dann diese Zahl hier. Und die teile ich durch die Gesamtmenge aller Ergebnisse. Das heißt, die allgemeine Formel für das Ereignis ist, sagen die Zahl der günstigen Ergebnisse. Und die günstigen Ergebnisse sind eben gerade die Ergebnisse, die dazu führen, dass dieses Ereignis eintritt. Also in dem Fall wäre das eben die 2, die 4 oder die 6. Das wären die günstigen Ergebnisse, die dazu führen, dass das Ereignis, dass ich eine gerade Zahl gewürfelt habe, eintritt. Diese Zahl dieser günstigen Ergebnisse geteilt durch die Zahl aller möglichen Ergebnisse. Zahl der günstigen Ergebnisse durch die Zahl aller möglichen Ergebnisse. Das ist die Formel, mit der alle Wahrscheinlichkeiten berechnet werden. Also sehr grundlegend und die wird uns auch jetzt noch tausendmal in den nächsten Videos begegnen. Immer diese Formel. Nur, dass es halt dann nicht immer so einfach ist, die Zahl der günstigen Ergebnisse zu berechnen, wie in diesen doch sehr einfachen Beispielen hier oben. Also da gibt es schon noch ein paar kompliziertere Varianten. Und das Ganze gilt aber nur unter der Bedingung, dass eben alle möglichen Ergebnisse auch gleichwahrscheinlich sind. Also gleichwahrscheinlich, das ist hier wichtig. Gleichwahrscheinlich. Also jeder Versuch, den nächsten Sieg der Bayern mit solchen Formeln vorauszuberechnen, der wird scheitern, denn leider ist ein 1 zu 0 als mögliches Ergebnis des Bayern-Spiels doch erheblich wahrscheinlicher als zum Beispiel ein 5 zu 2 oder ein 10 zu 3. Also beim Fußball sind die möglichen Ergebnisse leider nicht gleichwahrscheinlich und deshalb funktioniert dann auch unsere ganze Mathematik hier nicht. Ja, bleib mal lieber bei den Spielkarten und bei den Würfeln oder bei den Beuteln. Aber dazu näher dann im nächsten Video.